Bhagavad Gita, Vers 3 O mein Lehrer, betrachte die gewaltige Armee der Söhne Pandus, die so geschickt von deinem intelligenten Schüler, dem Sohn Trubatas, aufgestellt wurde. Erklärung Duryodhana, ein großer Diplomat, wollte auf die Schwäche Thronacharias des großen Brahmana-Oberbefehlshabers hinweisen. Thronacharia hatte mit König Trubata, dem Vater Draupadis, die Arjunas Gattin war, einige politische Streitigkeiten gehabt, woraufhin Trubata ein großes Opfer darbrachte, durch das er mit einem Sohn gesegnet wurde, der imstande war, Thronacharia zu töten. Thronacharia wusste dies nur allzu gut und dennoch zögerte er als freimütiger Brahmana nicht, dem Sohn Trubatas, Trishtat-Yumna, all seine militärischen Geheimnisse mitzuteilen, als dieser ihm zur militärischen Erziehung anvertraut wurde. Nun, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, wählte Trishtat-Yumna die Seite der Pandavas und er war es, der ihre Schlachtordnung aufstellte, nachdem er die Kunst von Thronacharia erlernt hatte. Duryodhana machte Thronacharia auf diesen Fehler aufmerksam, damit dieser während des Kampfes wachsam und unnachgiebig wäre. Auf diese Weise wollte er außerdem darauf hinweisen, dass Thronacharia in der Schlacht gegen die Pandavas, die zudem noch seine liebsten Schüler waren, keine Nachsicht üben solle. Besonders Arjuna war sein liebster und hervorragendster Schüler. Duryodhana warnte auch davor, dass solche Nachsicht im Kampf zu einer Niederlage führen würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017